Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, du hast es bestimmt mitbekommen, vor allem wenn du auch so wie ich hier aus Hamburg kommst, dass hier in Hamburg heute die U-Bahn und die Busse gestreikt haben, die Hochbahn. Da hat Verdi zum Streik aufgerufen. Das heißt, laut NDR sind 600.000 Menschen davon heute betroffen gewesen, dass sie entweder nicht zur Arbeit gekommen sind oder zur Uni, egal wo sie da gerade hin wollten. Insofern möchte ich in diesem Video einfach mal ein bisschen über die Gewerkschaften sprechen, wie die Gewerkschaften für mich so die sozialistische Plage für dieses Land sind und auch wie die Gewerkschaften Arbeitslosigkeit erschaffen. Zuerst möchte ich dich hier aber einfach mal fragen, wie du denn so diese Streiks wahrnimmst. Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Bei mir muss ich ja sagen, ich benutze heute keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr groß. Ich bin überzeugter Autofahrer. Ganz schlimm, Asche über mein Haupt. Aber früher, wo ich öfter, ich bin früher, ich habe in Nürnberg studiert und habe dann immer mit dem Metronomen gependelt zwischen Nürnberg und Hamburg. Und da waren dann öfter Warnstreiks, wo ich dann natürlich auf der einen Seite eben ziemlich angenervt war, dass dann die Bahn nicht gefahren ist oder dass die Bahn extrem voll war oder verspätet war. Andererseits habe ich natürlich auch gesagt, ach, die werden ja wohl irgendwie einen Grund haben. Aber letztendlich habe ich mir da nie so wirklich Gedanken drum gemacht. Insofern, wie gesagt, ich bin gespannt auf deinen Kommentar, wie du solche Streiks wahrnimmst. Es ist ja nicht nur immer im Zugverkehr auch so. Es ist ja auch im Flugverkehr so, dass die Piloten oft streiten, streiken oder dass irgendwie die Post streikt und irgendwie Briefe, Pakete nicht zugestellt werden oder irgendwas. Insofern, bevor du dieses Video weiterschaust, schreib gerne mal unten in die Kommentare, was du allgemein, was so deine Meinung von Streiks ist. Mittlerweile, nachdem ich mich auch intensiv mit dem Thema Streiks um Gewerkschaften beschäftigt habe, da habe ich hier auch ein sehr ausführliches Video dazu gemacht, kann ich sagen, dass Streiks letztendlich nichts anderes sind als ein staatlich legitimierter Vertragsbruch, der dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit noch weiter steigt. Da möchte ich einfach nochmal Hans-Werner Sinn zitieren. Hans-Werner Sinn, das ist ja der ehemalige Chef vom IFE-Institut, der hat gesagt, jeder Arbeitslose mehr ist ein Orden mehr an der Brust des Gewerkschafters. Wie gesagt, mit der Arbeitslosigkeit will ich das hier nicht ganz genau ausführen. Das kann man alles ökonomisch sehr schön herleiten. Wie gesagt, wenn es dich weiter interessiert, schaue in dieses Video rein. Das habe ich 2016 gemacht, wo ich das ganz genau ausgeführt habe. War rhetorisch noch nicht ganz so gut, aber inhaltlich stehe ich natürlich immer noch dahinter. Oder auch in diesem Artikel mit Hans-Werner Sinn. Auf jeden Fall, wenn ich das sage, dass Gewerkschaften Arbeitslosigkeit erzeugen und letztendlich nur ein Lobbyverband für die Arbeitnehmer sind, aber dafür sorgen, durch ihre Preisverhandlungen, durch ihre Tarifverhandlungen, dass diejenigen, die keine Arbeit haben, aus dem Arbeitsmarkt rausbleiben, dass sie keine Arbeit bekommen. Da wird natürlich jetzt jedes Gewerkschaftsmitglied oder vor allem jeder Gewerkschaftsfunktionär, der wird an die Decke gehen und sagen, nein, wir setzen uns doch für den kleinen Arbeitnehmer ein, gegen den bösen Kapitalisten. Das ist immer der Ruf, so Gewerkschaften haben ja auch eine sozialistische Vergangenheit, wo es dann immer heißt, der böse Kapitalist will die Arbeitnehmer ausbeuten. Da kommt ja immer diese marxistische Argumentation, der eignet sich den Mehrwert des Arbeitnehmers an. Ja, da will ich aber gar nicht hier genau drauf eingehen. Wir wollen einfach mal schauen, was Verdi denn jetzt diesmal fordert. Sie wollen eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro. Ihr wisst, wie das bei den Tarifverhandlungen immer läuft. Die Preise steigen, warum das der Fall ist, gehen wir gleich drauf ein. Die Preise steigen und die Gewerkschaften sagen, hey, wir wollen mehr Geld. Und natürlich haben es auch noch andere Forderungen. Diesmal sagen sie, dass die B- und N-Lastung in der Krise ausgewogen verteilt werden. Der Grund für diese Krise, die dazu geführt hat, dass wir jetzt eine Rekordinflation sehen, ist laut Verdi der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und hier kommt dann auch schon mein Hauptargument gegen die Gewerkschaften. Und zwar, dass sie nicht auf den wahren, auf den Hauptgrund eingehen, der es schon immer war, der dazu führt, dass die Preise steigen. Und zwar ist es die Geldpolitik der EZB oder grundsätzlich der Zentralbanken. So, wenn man sich mit der EZB beschäftigt, dann sieht man, dass die EZB als Hauptziel hat, die Preisstabilität zu gewähren. Das sagen sie so euphemistisch. So, wir sorgen uns um Preisstabilität. Dabei bedeutet es einfach nur 2% Inflation oder 2% Geldentwertung jedes Jahr. So, das ist deren Ziel. Man kann sich auch einfach mal ausrechnen, was das auf 10 oder 20 Jahre für eine Geldentwertung ist. Letztendlich ist es die versteckte Steuer, die durch die Zentralbanken da initiiert wird und wo die Arbeitnehmer jedes Jahr dadurch weniger in der Tasche haben. Aber da, natürlich, da kommen dann die edlen Gewerkschafter, die sich dann für die Arbeitnehmer einsetzen und einen Inflationsausgleich beantragen. Das ist gerade das Kerngeschäft der Gewerkschaften, die Gehaltsverhandlungen. Und da natürlich klar, wenn man sich an das goldene Kalb, an die Giralgeldschöpfung, an das Geldsystem trauern würde, dann würde ich sagen, dann wird den Gewerkschaften noch mehr Mitglieder davonlaufen, weil dann können sie nicht jedes Jahr sagen, hey, wir haben für euch hier die und die Lohnerhöhung herausgeholt. Und anstatt dieses zentralplanerische Geldmonopol anzusprechen und damit tatsächlich zum Kern dieser ganzen Preissteigerung zu kommen, geht man natürlich hin und fordert natürlich noch mehr Zentralplanung. Letztendlich, wer gibt den Zentralbanken die Macht, dieses Geldmonopol zu haben? Das sind die Staaten. Die Staaten ermöglichen es auch, dass es letztendlich keinen Währungswettbewerb gibt. Ich habe hier viele Videos dazu gemacht, zur österreichischen Schule der Nationalökonomie. Ich bin hier auch ein großer Freund von Kryptowährungen, habe da auch viele Videos dazu gemacht. Insofern schaut euch da gerne meine Videos zu den ökonomischen Grundlagen an. Und die österreichische Schule für Nationalökonomie, die sagt halt einfach, das Problem ist, dass wir keinen Währungswettbewerb haben. Und einen Währungswettbewerb haben wir einfach nicht, weil der Staat das Monopol der Zentralbanken sichert. Man sieht es auch immer, wenn es irgendwelche Währungen gibt, mir fällt jetzt zum Beispiel das Königreich Deutschland ein, da kann man davon halten, was man will. Da habe ich hier übrigens auch nochmal einen Post dazu gemacht. Da kann man halten, was man von will. Aber die wollen halt ein eigenes Bankensystem haben. Die wollen ihre eigene Währung haben. Die werden natürlich bekämpft, wie alle anderen, die dann irgendwie mal ein bisschen größer werden. Natürlich gibt es halt viel Regionalgeld. Aber ich sage halt immer, sobald es irgendwie größer, sobald es irgendwie wichtiger wird, wird es immer vom Staat bekämpft. Der Staat möchte sein Monopol auf Giraldgeldschöpfung aufrechterhalten, was er natürlich dann auf die Zentralbank, ja, bei der Zentralbank, da auf die unabhängige, angeblich unabhängige Zentralbank, ja, abgewälzt hat. So. Und da, wie gesagt, ein großes Thema. Letztendlich das Giraldgeld, die Giraldgeldschöpfung des Zentralbankwesens ist letztendlich, wie Henry Ford schon immer gesagt hat, hat so von wegen, der hat so gesagt, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir noch eine Revolution vor morgen früh. So sinngemäß hat er das gesagt. Und dem kann ich auch nur voll und ganz zustimmen. Verdi fordert insofern noch mehr Staat, fordert noch mehr Macht, noch mehr Geld für den Staat, in dem sie schreiben, es bedarf nachhaltiger Investitionen in staatliche Infrastrukturen, in den öffentlichen Personennahverkehr beispielsweise, aber auch in die zu meisternde Energiewende und in die Bildung, um nur drei Beispiele zu nennen. Wir sehen hier Energiewende, natürlich die Gewerkschaften als Sozialisten, sind sie natürlich bei allem auf Linie, auch bei den Klimawandel, da habe ich auch mehrere Videos dazu gemacht. Schaut gerne hier in die Playlist, da war ich öfter auch mal bei Fridays for Future, habe mit den Leuten da über den Klimawandel gesprochen, natürlich habe ich den so ein bisschen auf den Zahn gefüllt, oder hier auch eine Playlist, wo ich Mainstream-Beiträge, die teilweise schon sehr alt sind, zu diesem Thema zusammengefasst habe. Insofern, wenn ihr in dieses Thema noch nicht tiefer reingeschaut habt, macht das unbedingt. Weiter heißt es da bei Verdi, dass man natürlich die bösen Unternehmer zur Kasse beten will, vor allem die, die von der Krise profitiert haben und das will man mit einer Übergewinnsteuer machen. Natürlich, wer sich ein bisschen auskennt, wer irgendwie eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat oder BWL oder irgendwas studiert hat, der kennt sich mit Buchhaltung aus, der weiß, dass in der Buchhaltung jede Steuer als Aufwand verbucht wird und alle Aufwendungen fließen gleichzeitig in die Preise mit ein. Das heißt, je mehr die Unternehmen besteuert werden, desto mehr müssen sie ihre Preise erhöhen. Klar, man kann natürlich sagen, die machen sowieso so viel Gewinn, das können die, die machen dann halt weniger Profit, aber meistens führt es dazu, dass die Preise erhöht werden, was natürlich dazu führt, dass der normale Arbeitnehmer weniger Geld in der Tasche hat, weil er halt einfach mehr für diese Preise ausgeben muss, für diese Produkte. Das sind aber natürlich Grundlagen, die Sozialisten nicht verstehen. Sie wollen natürlich hier noch mehr Steuern haben. Sie fordern hier eine Digitalsteuer, eine Vermögenssteuer und noch eine höhere Erbschaftssteuer. Guido Westerwelle, der FDPler, der meiner Meinung nach auch noch einer der ganz, ganz wenigen Liberalen in der FDP damals war, bezeichnet die Gewerkschaften zu Recht als eine Plage für unser Land und wollte sie damals in Macht sind. Ich möchte hier mit einem schönen Zitat von dem großen Roland Bader abschließen. Roland Bader ist ein Ökonom in der Tradition der österreichischen Schule gewesen. Ich habe, glaube ich, von niemandem mehr Bücher gelesen als von Roland Bader. Ich glaube, es waren fünf, sechs, habe ihn auch immer wieder zitiert. Und er schreibt so schön, Wer da tiefer einsteigen möchte, wie gesagt, ich habe hier mehrere Videos angesprochen. Ich habe hier auch noch mal ein kurzes Video, warum Gewerkschaften Arbeitslosigkeit erzeugen. Schaut da gerne rein und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.